hallo herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich lebe auch noch ich mache auch mal wieder nach fünf mehreren jahren ein video also wir füttern jetzt mal meine hasen mehr schweinchen zuerst kommen eine mehr schweinchen ja wir haben die in der garage weil es schon zu kalt ist hallo wie geht es denn euch also die da sind wir gerade so schön das ist unsere neue weil wir haben eine neue bekommen weil das weiße gestorben ist ja ihr kriegt gleich was ich muss jetzt mal schauen was doch keine ahnung was euch gehört das möchte ich von euch mussten wo ich sag mal wo das denn soll keine ahnung hier nimmt es so schöne bilder hatte ich von denen noch nie es gibt noch mehr hier auch noch ein bisschen also ja so dass ich nicht so gut filmen kann ihr wisst ja ich habe mich eine hallöchen franz sorry sorry man ich bin so dumm sorry das muss weg das ist das falsche das könnte mein hasen mann sorry also die ich bin so gut ich kann nicht filmen so ich kann wieder guck mal ich mach das jetzt so was ist das für die ich glaub das auch nicht für die wildkartoffeln kartoffeln hasen liebt ich bin so dumm leute ich filme euch jetzt einfach mal so weil ich einfach mal so was ich glaube ich hab ja mal so ein menschen ich bin so lang aber das ist nicht gut aber das ist nicht gut ey ja, mein händ ist schon gefallen ich seh dir zu mir krass krass du dich weg Schatzi ich muss dir aber da ich so schlau mensch bin ich spüren kann ich muss dir alles wieder rein mann, das muss doch nicht rein sorry wenn ich einmal fülle, dann mach ich mal alles voll ach, ich könnte schon haben so damit kommst du nicht jetzt 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 also ja sorry dass ich euch nicht mit euch geladen habe also ich musste meine märis füttern also hier seht ihr sich nochmal hier franz mary mucki mucki hör auf und lily die kriegt sich mal so im haus davon zu gehen wird noch ja Vielen Dank.